Rammstein. Bösen Zungen glaubt man nicht. Von Vera Lengsfeld. Eigentlich bin ich kein Rammstein-Fan und kenne die Band nur durch meine Söhne und Enkel. Ihr Konzert in Berlin hat mich jedoch sehr beeindruckt. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund ihrer aktuellen Kontroverse. Trotz der Kampagne gegen Till Lindemann hat Rammstein im Berliner Olympiastadion drei ausverkaufte Konzerte gegeben. In der Zeit dazwischen wurde bekannt, dass dem Spiegel, einstmals selbsternanntes Sturmgeschütz der Demokratie, heute eine Zeitgeiströte, seine Berichterstattung über Lindemann gerichtlich untersagt wurde. Obwohl die Anwälte der Band das bereits am 17. Juli bekannt gaben, verschwieg die Woke-Presse diese Tatsache weitgehend. Stattdessen wurde wiederholt, dass es Vorwürfe von Frauen gegen Lindemann gab und die Berliner Staatsanwaltschaft von Amts wegen, also wegen der Verdachtsberichterstattung ermittelt. Allerdings haben mehr als ein Dutzend dieser Opfer bereits Unterlassungserklärungen unterschrieben. Das lässt die Jäger erst recht Gift und Galle spucken und erinnert an die Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Ataman, die die Abschaffung des rechtsstaatlichen Verfahrens forderte, weil sie der Meinung ist, die blanke Denunziation müsse genügen. Wir haben geglaubt, dass mit Rechtsstaat und Demokratie solchen Hexenjagdpraktiken ein verlässlicher Riegel vorgeschoben wäre. Leider erleben Denunziationspraktiken eine fröhliche Urständ. Ein Beispiel ist die Annonce der berüchtigten von einer früheren Stasi-Informantin gegründeten Amadeo Antonio Stiftung. Zitat Dann soll man sich vertrauensvoll an die Stiftung wenden. En passant werden hier mehr als 100 Mitarbeiter der Band unter Generalverdacht gestellt. Promoted wurde die Kampagne auch durch Social-Media-Profile von Antifa-Zeckenbiss, die 2018 ihre Sternstunde erlebte, als sie quasi zur Kronzeugin der Bundesregierung unter Merkel avancierte. Eine ganze Stadt, Chemnitz, wurde seinerzeit bekanntlich von der Weltöffentlichkeit als braunes Nest denunziert, in dem es Hetzjagden auf Ausländer gegeben haben soll. Einziger Beweis war ein gestohlener Videoschnipsel, der vom Profil Antifa-Zeckenbiss verbreitet wurde, der allerdings nicht dergleichen zeigte. Es war ein Sieg der Hetze über die Realität. Zurück zu Rammstein. Insofern waren die insgesamt 210.000 Besucher der drei Konzerte eine klare Ansage gegen die Pressekampagne. Den Woken Medien wird nicht mehr geglaubt. Die Show, die sie ablieferten, war nicht nur hochprofessionell, sondern sehr komplex. Wer nur die Berichterstattung über Lindemann zur Kenntnis genommen hat, musste den Eindruck gewinnen, dass es sich bei dem Sänger um einen Sexmaniac handelt, der nichts anderes kann. Das Gegenteil ist der Fall. Im Song »Rammstein« wendet sich die Band an ihre Fans. Bist du einsam und allein? Wir sind hier. Schalte ein. Manche führen, manche folgen. Man kann sich entscheiden. In »Mein Herz brennt« werden die Albträume thematisiert, von denen alle Kinder heimgesucht werden. Dämonen, Geister, schwarze Feen. Die Eingangszeile »Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht« wurde aus der Sendung des DDR-Sandmännchens entnommen. Es gibt noch mehr Bezug zur Herkunft dieser Ostband. In »Die Puppe« wird die Qual vernachlässigter Kinder thematisiert. Wenn die Schwester früh zur Arbeit geht, wird der Bruder mit einer Puppe im Zimmer eingeschlossen. Mir fiel sofort das 50er-Jahre-Lied »Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Hause« ein. Tatsächlich ist es in einer älteren Version des Songs »Die Mutter«, die das Kind einschließt. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann, nimmt Bezug auf ein beliebtes Spiel meiner Kindheit. Mein 20 Jahre jüngerer Sohn kennt es schon nicht mehr. In den 70er-Jahren gab es keine Kindergartengruppen mehr, die die Straßen beherrschten. Die waren damals auch in der DDR von den Autos übernommen worden. Bei »Hier kommt die Sonne« kann man grübeln. Mit dem Song war die Band ungefähr an der Hälfte ihres Programms angelangt und die erste große Feuershow wurde gezündet. Das Publikum fürchtete sich jedenfalls nicht, sondern war begeistert. In »Zeit« wird die Band ganz philosophisch. Nach uns wird es vorher geben. Aus der Jugend wird schon Not. Wir sterben weiter, bis wir leben, sterben lebend in den Tod. Dem Ende treiben wir entgegen. Keine Rast, nur Vorwärtsstreben. Am Ufer winkt Unendlichkeit, gefangen so im Fluss der Zeit. Trotz Flehens bleibt die Zeit nicht stehen. Das wusste schon die Bibel. Am Ende ist das Leben wie ein Geschwätz vorbeigegangen. Ich liege hier in deinen Armen. Ach, könnte es doch für immer sein. Doch die Zeit kennt kein Erbarmen. Schon ist der Moment vorbei. Das ist eindeutig mehr als die neue deutsche Härte. Das sind Fragen, die uns alle umtreiben. In »Engel« heißt es, wir haben Angst und sind allein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Bei diesem Song war Handyleuchten angesagt. Es ist ein überwältigender Anblick, wenn das Olympiastadion von 70.000 Handys erleuchtet wird. Ehe Lindemann sich an Sterne krallen muss, macht er eins klar. In seinem irdischen Dasein ist er ein Mann für eine Nacht. Da ist er nicht der Einzige. Das sollte jede kluge Frau wissen. Übrigens gibt es auch die weibliche Variante dieser Spezies. Das Finale wurde mit »Ohne dich« eingeleitet. In der Presse regte man sich darüber auf, dass beim zweiten Konzert Lindemann statt »Und die Vögel singen nicht mehr« sang »Und die Sänger vögeln nicht mehr«. Um diese Selbstironie als Verhöhnung der Opfer zu framen, bedarf es schon einer entschlossenen Böswilligkeit. Am Sonntag sang Lindemann statt »Mit dir bin ich auch allein«, »Ohne euch wär ich allein«, eine Referenz an das Publikum, das ihm und der Band im Empörungssturm die Treue hält. Lindemann am Schluss »Bösen Zungen glaubt man nicht«, »Die Wahrheit kommt ja eh ans Licht«. So ist es. Auf die Fans der Band war ich besonders gespannt gewesen und wurde positiv überrascht. Das Publikum war intellektueller als erwartet und viel jünger als in der Presse behauptet wurde. Ich sah elegante Mitfünfzigerinnen, trotz kurzen Hosen, gut gekleidete ältere Männer, viele Familien, viele junge Frauen mit und ohne Partner, die meisten ostdeutsch. Halb Thüringen schien anwesend zu sein und etliche meiner Leser, wie ich vermuten muss, weil ich häufig gegrüßt wurde. Hier waren die Menschen, die während der Reichstagsverhüllung der Welt demonstriert haben, dass man sich vor den Deutschen nicht mehr fürchten muss und die das im Fußball-Sommermärchen 2006 bekräftigt haben. Ich mag keine Massenveranstaltungen, aber wegen der fröhlichen, entspannten Atmosphäre habe ich mich keine Sekunde unwohl gefühlt. Das hielt auch an, als wir in der überfüllten S-Bahn abfuhren. Es war keinerlei Aggressivität zu spüren. Wenn das die Menschen sind, die Rammstein mögen, kann man der Band jedenfalls nur gratulieren.